Sehr interessant, also ich habe jede Menge gelernt über Facebook, wie solche Seiten funktionieren, wie man sich untereinander verständigt, war eine sehr interessante Zeit. Auf jeden Fall, weil man damit einfach nochmal andere Leute erreicht und natürlich anders auf sich aufmerksam macht, weder bei Fachleuten, aber auch natürlich so ganz normale Bibliotheksbenutzer. Vielen Dank.